Meine neuen Augenbrauen? Alle Freunde fragen mich, wo lässt du die machen? Ich sag dann, die mach ich selbst. Ich zeig's euch. AntMedics. Step 1. Trenne die Wachsstreifen langsam. Geht doch. Einer fürs linke Auge, einer fürs rechte Auge. Step 2. Rauf damit. Perfekt. Mithilfe der kleinen Punkte positionierst du die Streifen. Du kannst sie auch leicht wieder abziehen. Extra praktisch, es ist auch eine perfekte Schablone zum Augenbrauen färben. Step 3. Runter damit, so schnell du kannst. Step 4. Öltücher für Wachsreste sind in der Packung. Für Augenbrauen wie vom Profi, zwei Drittel ansteigend, ein Drittel abfallend. AntMedics. Die Nummer 1 für perfekte Augenbrauen. Instagram this, it's Selfie Time. Absựt. Janopat falde. Du kannst sie auch individuellen, die in diesem Leben, die in diesem Leben وأches seinkh friends wie zum Auge. Bis zum Auge, der Blütenk Scientist. Abseglade.